Seien wir mal ehrlich, wir alle hassen und lieben doch die sozialen Medien. Und was hassen und lieben wir in den sozialen Medien ganz, ganz besonders? Richtig, die Kommentare. Und heute geht es um einen ganz speziellen Kommentar, der so beeindruckend ist, dass ich ihm ein ganzes Video widmen möchte. Über mich kann man einiges sagen und viele werden sagen, ich bin vielleicht eiskalt, arrogant, widerlich, verkommen, moralisch flexibel. Aber, man mag es kaum glauben, sogar ich habe Prinzipien. Und ich habe zwei Prinzipien, wenn es um Kommentare in sozialen Medien geht. Das erste Prinzip ist, ich werde niemals jemanden anzeigen. Das heißt, egal wie heftig ich beleidigt werde in den Kommentaren, ich werde nie Anzeige erstatten bei der Polizei. Und das zweite Prinzip ist, es werden keine Kommentare gelöscht. Außer sie haben tatsächlich eindeutig strafbaren Inhalte, also irgendwie Volksverhetzung oder was auch immer. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Karriere vielleicht drei oder vier Kommentare gelöscht. Insgesamt. Also, macht gerne, was ihr wollt, beleidigt mich in den Kommentaren. Völlig okay für mich. Auch diesen Kommentar werde ich nicht löschen, weil er tatsächlich sehr interessant ist. Er hat sich nämlich sehr viel Mühe gegeben. Und dafür an dieser Stelle schon mein Danke, weil es ist wirklich ein ausgefeilter, sehr langer Kommentar, wo jemand auch tatsächlich einigermaßen Ahnung hat. Der erste Satz, glaube ich, besteht, der ganze Absatz besteht nur aus einem Satz, denke ich. Und es geht um das, was mir am liebsten ist, nämlich mich. Es geht um die Tricks, mehr oder weniger die Tricks der Anwälte. Grundthema des Videos waren rechtswidrige Haftbefehle. Das heißt, rechtswidriges Vorgehen von Staatsanwaltschaft und Gericht. Es ging darum, dass die Staatsanwaltschaft rechtswidrig Haftbefehl beantragt und das Gericht diese auch erlässt. Und jetzt schreibt er oder wirft mir vor, dass wir Anwälte ja auch mit Tricks arbeiten. Weil ich in einem früheren Video mal gesagt habe, dass wir, wenn wir Berufung einlegen, das erst am letzten Tag der Berufungsfrist machen, am Abend. Das hat einen einfachen Grund. Berufung ist das Rechtsmittel gegen ein Urteil des Amtsgerichts. Das heißt, wenn unser Mandant am Amtsgericht verurteilt wird, dann legen wir Berufung ein. Dafür hast du sieben Tage Zeit und wir machen es am letzten Tag. Der Grund dafür ist, in der Berufung gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Das heißt, das Urteil aus der ersten Instanz vom Amtsgericht kann in der zweiten Instanz nicht schlechter werden. Das heißt, wenn du Berufung einlegst gegen ein Urteil des Amtsgerichts, dann kann es nur besser werden oder gleich bleiben. Du kannst also nicht verlieren. Das ist für die interessierten Lateiner unter uns das Verbot der Reformatio in Peius. Das heißt, wenn du Berufung einlegst, kann es grundsätzlich erstmal nicht schlechter werden, sondern nur besser. Außer auch die Staatsanwaltschaft legt Berufung ein. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft auch in Berufung geht oder nur die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, dann kann es auch schlechter werden. Und das ist der Knackpunkt. Deswegen legen wir am letzten Tag der Frist nach Geschäftszeiten des Gerichts Berufung ein, sodass die Staatsanwaltschaft erst merkt, dass wir Berufung eingelegt haben, wenn ihre eigene Frist schon abgelaufen ist. Dann kann die Staatsanwaltschaft keine Berufung mehr einlegen. Und das wirft er mir jetzt ein bisschen vor. Er nennt das einen Taschenspielertrick, dass wir Formalitäten und Fristen ausnutzen. Es gibt aber gravierende Unterschiede. Erstens, wir sind bezahlte Interessensvertreter. Ich als Anwalt werde von Mandanten bezahlt, innerhalb des Prozessual gerade noch Erlaubten, das absolut bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Das ist unsere Aufgabe als Strafverteilung. Die Staatsanwaltschaft ist objektiv. Die Staatsanwaltschaft muss objektiv entscheiden. Und wenn die Staatsanwaltschaft dann Tricks anwendet, damit Leute in Haft bleiben, obwohl es keinen Haftgrund gibt, dann ist das nicht irgendwie so ein netter Trick oder irgendwie lustig, sondern das ist gegen den Rechtsstaat und ist strafbar. Das sind nicht feine Unterschiede, sondern es ist ein himmelweiter Unterschied. Und der zweite Punkt, warum wir das tun, der Staatsanwaltschaft ist es verboten, eine Berufung einzulegen, nur weil der Angeklagte bzw. wir Berufung eingelegt haben. Das ist verboten. Passiert aber trotzdem. Das heißt im Endeffekt, wir verhindern eigentlich nur, dass die Staatsanwaltschaft verbotenerweise Berufung einlegt, obwohl es nicht vorgesehen ist. Und der zweite Absatz ist genau das, was ich kritisiere. Da schreibt er, wie man als Ersttäter mehr als zwei Jahre Haft drohen, der muss in diesem Rechtssystem schon ordentlich etwas auf dem Kerbholz haben und kommt dann völlig zu Recht in Urhaft. Nein, genau darum geht es in meinen Videos. Die Strafe, die zu erwarten ist, zwei, drei, vier Jahre, ist kein Haftgrund. Die Strafe, die zu erwarten ist, zwei, drei Jahre, wenn du ein schrill-limmes Verbrechen begangen hast, dann kriegst du am Schluss von einem Gericht rechtskräftig ausgesprochenen Urteil und musst dann zwei, drei Jahre in Haft. Diese zwei, drei Jahre hast du dann vielleicht verdient. Und dann, wenn du ordentlich was auf dem Kerbholz hast, dann kriegst du halt deine zwei Jahre Haft. Aber Untersuchungshaft hat einen ganz anderen Grund. Das ist was volllieg anderes. Punkt eins, Punkt zwei, du bist ja unschuldig zu dem Zeitpunkt. Es gibt noch kein rechtskräftiges Urteil, dass du überhaupt schuldig bist. Du bist erst schuldig, wenn du rechtskräftig verurteilt wurdest. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Und wenn dann ein Gericht sagt, ja, ja, da stehen jetzt aber zwei, drei Jahre im Freiheitsstrafe im Raum, der muss aber ordentlich was auf dem Kerbholz haben, der muss jetzt in Haft. Das hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun, weil das keine gesetzliche Grundlage hat. Gesetzliche Grundlage für Untersuchungshaft heißt ein Haftgrund. Flucht, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder Wiederholungsgefahr. Und nicht zwei Jahre Haft, der hat aber ordentlich was auf dem Kerbholz. Das ist falsch verstandene, ja, ich kann es nicht mehr definieren, was das ist. Irgendwie, das ist so, wenn man nach dem Prinzip geht, dann können wir morgen auch wieder mit Mistgabeln irgendwie Leute am Dorfplatz hängen. Und das dürften wohl die wenigsten von uns wollen. Und dann ein schöner Satz, also ein bemerkenswerter Satz, sagen wir besser, wie oft liest man in den Zeitungen von schweren Straftaten und Intensivtätern, die trotz zig Vorstrafe nach der Personalienfeststellung Zähne knirschend und mit Faust in der Tasche von der Polizei wieder laufen gelassen werden müssen, weil die Staatsanwaltschaft eben keinen Haftbefehl beantragt. Arme Polizei! Da hassen die jemanden so sehr und die Staatsanwaltschaft beantragt wieder keinen Haftbefehl. Da ist jemand so ein Intensivtäter und trotz vieler Vorstrafen muss der noch laufen gelassen werden und kann nicht endlich eingesperrt werden. Am liebsten würde man ihn aufhängen. Und dann diese böse Staatsanwaltschaft hat wieder keinen Haftbefehl beantragt. Und dann ist in der Bevölkerung der Aufschrei groß, wenn so etwas wieder bekannt wird. Meine Damen und Herren, die Bevölkerungsschichten, die da einen Aufschrei haben, die haben ein Problem mit unserem Rechtsstaat. Und ich habe ein Problem mit Menschen, die ein Problem mit unserem Rechtsstaat haben. In unserem Rechtsstaat ist es nun mal so, dass wir die Errungenschaft haben, dass du nur in den Knast gehst, wenn ein rechtskräftiges Urteil besteht. Wenn ein Richter darüber entschieden hat und nicht die Polizei am Hauptbahnhof, die einen Ausländer sieht und sieht, aha, den erwischen wir jetzt zum dritten Mal. Das ist ein Intensivtäter. Der muss jetzt endlich mal eingesperrt werden. Ja, lieber Polizist, das darfst du denken und du darfst auch die Faust in der Tasche haben. Aber dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob du den richtigen Beruf gewählt hast. Ob du dem nervig gewachsen bist und ob du mit beiden Beinen auf unserem Rechtsstaat stehst. Weil wenn du dir denkst bei einer Festnahme, jetzt müssen wir den wieder laufen lassen und der wird wieder nicht weggesperrt, so ein Mist. Dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob deine Einstellung zu unserem Rechtsstaat so korrekt ist, wie du vielleicht denkst. Weil unser Rechtsstaat heißt Grundgesetz. Grundrechte, Menschenrechte. Und nicht wegsperren. Ihr mögt vielleicht für die innere Sicherheit zuständig sein, liebe Polizistinnen und Polizisten. Aber nicht um jeden Preis. Um jeden Preis müssen wir aber unsere Grundrechte und unsere verfassungsmäßige Ordnung schützen, liebe Polizistinnen und Polizisten. Und die geht genauso euch an, wie sie mich angeht. Und der letzte Punkt, der ist für mich relativ schön zu entkräften. Da schreibt er nämlich, und wieder einmal zeigt sich die Doppelmoral von Rechtsanwäten und im Strafverfahren. Wir sind wieder die Moralisten mit unserer Doppelmoral. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum Rechtsanwäte in Strafverfahren vielfach belächelt werden. Dazu möchte ich ganz kurz Stellung nehmen. Das ist jetzt nicht der letzte Punkt, aber dazu kurz Stellung nehmen. Ich kann nicht genau sagen, warum Rechtsanwäte vor Gericht in Strafverfahren oft belächelt werden. Das kann zwei Gründe haben. Ein Grund ist, der Rechtsanwalt ist tatsächlich unfähig. Und wenn ein Rechtsanwalt Fehler macht, kann es schon mal sein, dass es so schlimme Fehler sind, dass es schon fast humoristisch ist. Dann werden Anwälte zu Recht belächelt. Der zweite Punkt, warum Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen im Strafverfahren belächelt werden können, das ist, wenn Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei sich ja eigentlich eh schon einig sind, dass die Person schuldig ist. Das heißt, da wird die Anklage verlesen in der Hauptverhandlung und Gericht, Polizei und Staatsanwaltschaft, die haben den eigentlich eh schon verurteilt. Das ist nur noch reine pro forma, müssen wir jetzt hier noch die Hauptverhandlung machen. Und wenn du als Anwalt dann da drin sitzt und sagst, ja, so einfach ist es aber nicht, da wollen wir jetzt irgendwie noch Beweise und diese Beweise sind nicht verwertbar und im Übrigen werden wir jetzt erstmal schweigen und die Aussage verweigern und dann schauen wir mal, was ihr nachweisen könnt, liebe Staatsanwaltschaft. Ja, dann wirst du teilweise belächelt. Dann sitzt du als Anwalt drin und dann Staatsanwaltschaft und Gericht, haha, ja, jetzt er wieder und dann wird wieder die Aussage verweigert anstatt, dass er gesteht, wie jeder Anständige zu verurteilen, der das gerne tun sollte, laut Staatsanwaltschaft. Und das ist nicht richtig. Polizei und Staatsanwaltschaft, ja, ihr kooperiert, aber ihr müsst objektiv kooperieren. Und das Gericht muss objektiv entscheiden. Und Gericht und Staatsanwaltschaft sollen nicht zusammenarbeiten. Das Gericht soll auch die Staatsanwaltschaft überwachen. Soviel dazu. Und der letzte Punkt ist der, der für mich schön einfach zu entkräften ist. Sie hängen die Fahne in den Wind, wie es gerade passt und mit wem sie gerade das Geld verdienen. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Würden sie im selben Verfahren den Geschädigten vertreten, würde in ihrem Schriftsatz stehen, aus unserer Sicht ist es schwer nachvollziehbar, warum die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen hat. Aber das würden sie natürlich niemals öffentlich zugeben. Das nennt man übrigens Doppelmoral. Und da hast du völlig recht. Und das ist auch der Grund, warum wir seit Jahren keine Opfervertretung und Nebenklage machen. Wir übernehmen keine Nebenklagen. Wir machen keine Opfervertretung. Wir sind spezialisiert auf die Strafverteidigung. Genau deswegen, damit wir nicht heute vor Gericht stehen und ich sagen muss, ja, war ja so ein bisschen Notwehr, Kneipenschlägerei, gebrochene Nase, halb so schlimm, können wir doch einstellen gegen Gelderauflage, wenn ich den Beschuldigten vertrete. Und drei Tage später stehe ich im Gericht und sage, hallo geborene Nase, der muss mindestens neun Monate ins Gefängnis und 18.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das passt nicht zusammen. Das nennt sich Doppelmoral. Und deswegen tun wir es auch nicht. Und jetzt zum letzten Absatz, der sehr interessant ist, weil ich diesen Kommentar sehr häufig höre. Eins noch, wenn das alles so eine Ungerechtigkeit ist, warum zeigen Sie dann nicht Richter, Staatsanwälte wegen Freiesberaubung im Amt beziehungsweise Rechtsbeugung an? Auf diese Antwort wäre ich mal sehr gespannt. Kann ich dir auch genau erklären, warum zeige ich nicht Richter und Staatsanwälte an, die einen Haftbefehl beantragen beziehungsweise erlassen, der rechtswidrig ist, wegen Freiesberaubung im Amt und Rechtsbeugung. Also, wenn jemand einen Haftbefehl bekommt und geht in den Untersuchungshaft, dann ist das Erste, was wir machen, normalerweise mündliche Haftprüfung. Dann gibt es eine neue Entscheidung vom Amtsgericht. Dann machst du Haftbeschwerde, dann geht es zum Landgericht, dann entscheidet das Landgericht über den Haftbefehl. Dann machst du weitere Beschwerde zum Oberlandesgericht, dann geht es zum Oberlandesgericht sogar. Dann hast du noch in letzter Konsequenz die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Und wenn jetzt, die machst du eher selten, weil es viel zu lange dauert und relativ zeit- und kostenintensiv ist. Bleibt die Entscheidung des Oberlandesgerichts. Das heißt, ich habe eine Entscheidung des Oberlandesgerichts und das Oberlandesgericht sagt, der Haftbefehl ist rechtmäßig. Wie wahrscheinlich denkst du, wird es sein, dass es von Erfolg gekrönt ist, wenn ich jetzt zur Staatsanwaltschaft hinter Tupfingen gehe und sage, ich stelle jetzt Strafantrag oder ich zeige die Freiheitsberaubung im Amt und die Rechtsbeugung an, die euer Staatsanwalt begangen hat. Was denkst du, wird die Staatsanwaltschaft mir antworten, wenn ich so eine Strafanzeige stelle? Außer, dass ich eine Strafanzeige bekomme, ein Ermittlungsverfahren wegen falscher Verdächtigung. Oder ich stelle eine Strafanzeige gegen den Amtsrichter, Richterin oder Richter am Amtsgericht, die den Haftbefehl erlassen haben bei der zuständigen Staatsanwaltschaft, die den Haftbefehl beantragt hat. Wie denkst du, wird die Staatsanwaltschaft entscheiden? Außer, abgesehen davon, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen mich gibt wegen falscher Verdächtigung. Oder denkst du, ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, aus Wut dann eine Strafanzeige gegen die entscheidende Person zu stellen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist keine Doppelmoral, sondern es ist erstens zwecklos, zweitens Eigenschutz und drittens auch Schutz des Mandanten. Weil der Mandant oder die Mandantin von so einer Strafanzeige 0,0 Vorteile sich erwarten kann. Außer, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht ihn ganz besonders auf den Kicker haben. Genauso wie mich ja sowieso schon. Deswegen machen wir keine Strafanzeige, wenn sie nicht sicher von Erfolg gekrönt sein werden.